So, hi ihr Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SideQuest Xenoblade Chronicles. Wir sind hier auf dem Bergwallag und wir machen gleich weiter mit dem Brutanschlachten. Wir haben ja in der letzten Folge ein paar Zange erledigt, ein paar Streitachs-Brutane und ja, das führen wir jetzt noch zu Ende und mal sehen, was uns sonst noch so erwartet. Ich werde heute noch so drei, vielleicht sogar vier Folgen aufnehmen. Heute habe ich mal extrem viel Zeit, weil ich morgen erst später auf Arbeiten muss oder in die Schule. Und das wird dann aber erstmal einen kurzen Ausfall zwischendurch geben, denke ich mal, weil dann ein paar Spezialfolgen aufgenommen werden oder vorbereitet werden müssen. Wozu ich aber noch nicht so viel sagen möchte. Ich wollte das nochmal kurz ankündigen, falls jetzt die nächsten, äh, das nächste Woche oder diese Woche mal keine Folge rauskommt, dann wundert euch nicht. Ähm, das hat, das hat einen gewissen Hintergrund und, ähm, das wollte ich nur nochmal vorwegnehmen, bevor ich das nämlich in meiner Tranigkeit, äh, Tranigkeit in der heutigen Folge wieder vergesse. Ähm, okay, so. Mehr wollte ich glaube gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge erwähnt habe, aber von Bashes kommt zur Zeit erstmal kein Let's Play, da er, äh, ein bisschen Stress mit der Schule hat. Und deswegen will er sich darauf erstmal konzentrieren und deswegen kommt dann wahrscheinlich erst nächste Woche wieder ein Outlast-Let's Play. Ähm, ja, das sollte ich noch, äh, von ihm ausrichten. Ich weiß noch nicht, wer sein Outlast-Let's Play auch schaut. Ähm, ich hab's ja schon in zwei, drei Folgen erwähnt. Und, ja, das wollte ich jetzt nur nochmal, äh, kurz durchgeben, wer darauf wartet. In zwei oder, also spätestens in zwei Wochen ist wieder eine Folge raus. Wahrscheinlich auch schon nächste Folge. Es kommt drauf an, wie er Lust und Zeit hat, das abzuwarten. Da kann ich euch jetzt leider auch nicht mehr sagen. Okay. Ähm, ja, ansonsten, wie viele Sidequest-Folgen jetzt noch kommen, weiß ich selber nicht ganz. Es kommt jetzt drauf an, wie viele Level hier, äh, noch gemacht werden in den nächsten paar Folgen. Und, hey, wir haben die Shredex-Brutane. Fertig. Ich dachte, da fehlt uns noch einer. Strange. Na gut, okay, was soll's. Ähm, vielleicht kriegen wir da jetzt gleich noch ein Folge-Quest, das wir natürlich auch top, weil die Monster hier bringen wenigstens noch ordentlich Punkte. Und wir können jetzt mal eine Kette mit Melia testen. Obwohl, das bringt jetzt nichts mehr gegen einen so einen schwachen Brutane. Hätte ich vorher mal machen. Verdammt. Na, was soll's. Machen wir später mal. Denn, äh, die Ketten mit Melia sind, ähm, sehr stark. Das liegt an einem ganz bestimmten Grund. Das zeige ich euch aber dann am Beispiel. Und wir haben doch jetzt den Quest fertig, wenn ich mich richtig erinnere. So, ganz unten theoretisch, genau. Okay, ach nee, das ist ja schon Schwertal. Das ist ja dann zu weit. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, wo der Forscher war. Ne, Nopernlager wahrscheinlich, oder? Oder war der beim Eingang? So, ich sehe hier irgendwo, ach da. Gut gemacht. Damit ist der Berg schon viel weniger gefährlich. Frischung flutscht plötzlich, wie geschmiert. Hoffentlich konnte ich eure Bitte zufriedenstellend nachkommen. Ich würde sagen, mehr ist zufriedenstellend. Komm schon, Melia. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Wirklich? Das ist schön. Ich danke euch, Sharda. Hier, danke von uns allen Forschern. Bitte nehmen. Okay, das nehmen wir doch gerne. Auch relativ viel EP. Klasse Sache. Und Ricky ist level angestiegen. Nur Melia irgendwie leider nicht. Okay, Eta hat noch ein Fest für uns. Klingt doch gut. Oho, ihr wieder. Wusstet, dass wir Hilfe brauchen? Bitte, erklärt euch. Ja, erklären, sodass Ricky auch versteht. Wusste nicht? Egal. Brauchen Hilfe bei Forschung. Geht zu Punkt mit guter Aussicht, dann sagt uns, wie es war. Hohe Orte zu gefährlich für Nuppern. Zu viel Wind und Schnee. Bitte besucht für uns zwei Orte. Eine bei Podest von Befalgar, andere in Nähe von Kanagipsel. Bitte von da Aussicht genießen, alles angucken. Danach uns berichten. Fertig. Macht ihr bitte? Äh, klar, warum nicht? Ihr gute Leute. Dann los, für eine Aussicht gucken gehen. Bin gespannt auf Ergebnisse. Wir nehmen uns eure Sache an. Ich helfe dir, Melia. Mann, ich habe ja noch gar keine Fassler drin gehabt. Zumindest beim Lesen. Das ist auch mal eine Premiere. So. Das Podest von Befalgar und Kanagipsel. Zwei ganz besonders hohe Orte. Dann sind wir hier wahrscheinlich eher falsch. Dann müssen wir eher auf die Ebene. Bagnar. Nabuhafall. Das sieht mir gar nicht so schlecht aus, die Umgebung hier. Wir könnten mal probieren, hier hochzulaufen. Dann gehen wir mal hier hoch. Und oha, 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 oha. Was sehe ich denn da? Hä? Ach, da ist der eine Gipfel. Und dort oben ist der andere. Das ist die Frage, wie kommen wir am schlimmsten da hoch? Wahrscheinlich da einfach hoch. Okay, auch nicht schlecht. Ich dachte zwar nicht, dass uns das angezeigt wird, aber es ist ja natürlich auch nicht verkehrt. Wir können jetzt nochmal schön die Aussicht von hier oben genießen. Ich würde jetzt auch auf Nacht stellen, weil nachts sehen die meisten Gebiete hier eigentlich geil aus. Also Berg Wallach und zum Beispiel Suf und Saturl sind ja Beispiele, wo nachts einfach die ganze Schönheit der Gebiete zum Tragen kommt. hier mit diesen gelben Lichtern, die überall hochschießen. Und der Sumpf von Saturn mit diesem Nebel und dieser geilen Musik. Arithmeer ist eigentlich genau so ein Beispiel, wenn ich da jetzt den Vergleich ziehe. Ja, auch eigentlich... Na gut, Alchemad ist in beiden Zuständen schön. Das kann man nicht absprechen. Ah, da kommen wir nicht hoch. Das ist das Problem. Okay. Müssen wir irgendwie außen rum gehen. Tja. Wie kommen wir da hin? Das ist eine gute Frage. Können wir einfach hier hochklatschen? Ja, das war jetzt wahrscheinlich eher schlecht. Ich frage mich, worauf wir hier aufklatschen. Okay, die Map kann ich auch nicht öffnen, also den Fall müssen wir jetzt über uns ergehen lassen. Das ist auf jeden Fall relativ langsam, also noch relativ gechillt. Also eigentlich dürfte uns nichts passieren. Na gut, so viel dazu. Aber ich glaube, wir waren schon relativ richtig. Das heißt, wir müssen das jetzt nochmal gehen. Tut mir leid, tut mir leid. Aber dieses Klettersymbol hat mich ein bisschen irritiert. Wo ist denn bei den Gebieten? Es gibt natürlich auch Gebiete, die tagsüber schön sind. Zum Beispiel das Bein des Bayonis ist das so ein Beispiel. Was ich gerne bringe, das mir einfach tagsüber viel besser gefällt. Das ist halt auch so ein offenes, so eine Ebene, so ein helles Gebiet ist. Das macht sich einfach tagsüber diese Grasumgebung schöner. Bei Kolonie 9 kann man sich da ein bisschen streiten, finde ich. Das ist Ansichtssache. Da ist eigentlich beides relativ cool. Obwohl das eigentlich auch wie Bein des Bayonis eher tagsüber zu bewundern ist. Und was gibt es denn noch für Gebiete? Ich gehe gerade durch. Kolonie 6 ist eigentlich genauso wie Kolonie 9 auch. Also gibt es keinen großen Unterschied. Naja. Und noch irgendwas Wichtiges, was ich jetzt vergessen habe? Ja, okay. Das ist das... Das Dorf der Nopon. Das Grenzdorf unterscheidet sich ja jetzt größtenteils nicht so sonderlich. Und hier wollte ich eigentlich klettern. Da bin ich runtergefallen. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie da rüber. Ja, genau. So können wir dann auf den Gipfel. Das macht Sinn. Und auch der Wald von Magna. Ja, das... Das ist vielleicht auch tagsüber ein bisschen schöner. Wobei das auch so Ansichtssache ist. Aber natürlich Berg Wallach ist eben nachts ein ganzes Stück schöner. Und ich warte eigentlich immer noch drauf, dass wir jetzt mal die Lichter angehen. Eigentlich hat die Nacht ja schon begonnen. Laut der Ohr. Jetzt gehen wir in die Höhle. Gerade die Lichter angehen. Aber ich hoffe ja, von oben haben wir jetzt einen tollen Blick. Wir sollen ja auf den Gipfel hoch. Mal abwarten. Da ist ein Schmetterling. Was machen denn die Schmetterlinge hier drin? Da oben. Seht ihr ihn? Stimmt, oder? Er ist ja weg. Na gut. Auch nicht ganz so konsequent, dass der Schmetterling auf einmal weg ist. Aber was da ist. Ich habe stärker geworden. Und dann geht's an. Oh, geil. Oh, ne Mission auch noch. Klasse Sache. Wir haben die zwei Stück Frostglas für Kalecker gesammelt. Kann die Hochofen-Schalttafel damit reputiert werden? Hochofen-Schalttafel. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Okay, das ist dieses Podest. Irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass was runterfällt, weil das ist meistens bei solchen Dingen. Aber nun gut. Wir werden verschont. Und irgendwo... Ah, da. Alter Schwede. Das Podest von Bethelgar wäre damit abgehakt. Alter. Wie geil, bitteschön. Wie geil, bitteschön, dieses Gebiet. Krass. So, okay. Wir sollten uns ja bewundern und nein, das war eigentlich nicht der Plan. Aber vielleicht können wir damit auch besser. Diese andere Aussichtspunkt lag ja in der anderen Richtung, also dürfte uns das jetzt nicht so viel geschadet haben. Und die Sterbe-Statistik wird ja eh nicht mitgeführt, hoffe ich zumindest. Weil sonst hätte ich mir durch sowas schon ganz schön was reingeritten. Okay, natürlich wurden wir hier zuletzt oben gespawnt, das ist auch klar. Wird auf der Karte der Punkt angezeigt, wo wir hin müssen? Nein, natürlich nicht. Da müssen wir uns mal schnell aus Schau halten, wo wir hin müssen. Oh, in der Richtung war das doch, oder? Ich gehe mal kurz vor anders hin. Hier unten war der eigentlich zu sehen. Aber nachts anscheinend nicht mehr. Doch, da unten ist er. Genau gerade. Ich schaue mal kurz auf die Map. Genau. Nein. Ah. Genau gerade. Von unserem Blickpunkt aus genau gerade. Dann ist das entweder hier in dem Gebiet. Es könnte auch in dem Gebiet sein. Müssen wir mal Ausgründ schaffen. Dann gehen wir auch mal hier drüben hoch und dann gerade. Ich kann das gerade ganz schlecht einschätzen. Es könnte natürlich auch sein, dass es dann unten erst irgendwo ist. Aber das ist von hier schlecht zu beurteilen. Wie gesagt, ich kenne mich nun auch nicht so gut mit dem Gebiet aus. Was kommt da noch hinzu? Es ist nicht gerade mein Paradegebiet hier. Ich meine, in beiden des Bajones könnte ich euch fast alles zeigen, glaube. Aber hier muss ich eher auf mein Glück vertrauen, dass ich hier den richtigen Weg finde. Das sieht mir auch nicht wirklich richtig aus, oder? Kommen wir da irgendwie hoch? Zusammenleiten? Das lassen wir natürlich nicht liegen. Okay, da ist es. Irgendwo da... Wenn wir da rüberlaufen, haben wir auch nicht gekonnt. Da kommen wir auch nicht hoch. Ich würde mal noch ein Stück gerade gehen hier. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Ich glaube, das sieht... Na, nee, sieht auch nicht richtig aus. Aber dann aktualisieren wir wenigstens mal die Map. Ist gerade für solche Aufgaben natürlich auch nicht verkehrt, ne? Ja, okay. So, hier geht es weiter. Hier splittet sie es kurz. Okay. Ist auch relativ geil, sich das hier mal anzuschauen. Ich habe nämlich selber keine Ahnung, wo das hingeht. Hier geht es Richtung U... Ne, U-Seetrobo war auch woanders. Wo geht es denn hin? Strange. 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 Die Pfadis sind auch für mich neu. Das kommt selten vor, aber... Gerade solche kleinen Seitengassen in den Gebieten, die ich nicht so ganz erkundet habe. Da ist doch schon einiges Neues mit dabei. Wir sind auch wieder fast bei 15 Minuten. Na ja, gut, okay. Das kann ich heute verkraften. Die Sidequest-Folgen werden ja sowieso immer etwas länger, und deswegen passt das schon. Und ich weiß, dass wir genau in die falsche Richtung laufen. Aber... Ich will mir das trotzdem mal anschauen hier. Wallag-Gipfel. Oh Gott. Hm, 98. Na ja. Wenn es sonst nichts ist, ne? Da ist ein Riesen-Ether da. Hm. Hier ist ja sonst weiter nichts. Wir wollen hier gegen Liebig kämpfen. So. Bevor uns der Liebig angreift, verpissen wir uns mal lieber. Wir müssen irgendwo hier rüber. Ich glaube, wir kommen doch über den Reitepunkt noch am besten. Vielleicht finden wir da irgendwo so einen versteckten Weg. Irgendwo hier oben muss das doch eigentlich sein. Ich komme jetzt da hoch. Hm. Hier vorne irgendwo rechts vielleicht. Aber das sieht laut Map auch nicht so gut aus. Wobei doch, da führt ein kleiner kleiner Pfad, so ein Trampelpfad, glaube ich, Hm. Das muss ich jetzt mal drauf ankommen lassen. Da bin ich jetzt auch ziemlich gespannt. Das ist so ein Lafos-Liebig. Ich hoffe, der ignoriert uns jetzt. Und das ist der Trampelpfad. Okay, ich glaube, hier sind wir richtig. Der führt nämlich ziemlich weit hoch. Ja, ich glaube, hier könnten wir unser Glück haben. Und jetzt sehe ich auch zum ersten Mal diese Schwertwunde richtig, die McConaise dem Bionis zugefügt hat. Das ist natürlich auch echt cool. Ich weiß so nicht, wieso dort eine Wunde ist und wieso da so ein Fliffi rumfliegt. Naja, egal. Hinterfragen wir das mal nicht. Aber ehrlich, das sieht irgendwie nach so einer Schwertwunde aus. Aber wenn man das jetzt in den Relationen denkt, dass das Schwerttal ja eigentlich das Schwert ist, kann das ja keine Schwertwunde sein. Das sieht aus wie so ein Splitter vom Schwert, das irgendwie hierhin geflogen ist. Aber so richtig erklären. Hä? Verarschen? Ich muss noch ein Stück weiter hoch. Da kann man da gar nicht hin. Verstehe ich nicht. Laut der Map ist es da oben. Laut mir geht es hier nicht weiter hoch. Vielleicht jetzt rechts? Das geht auch nicht. Nee. Geht überhaupt nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung, wie wir da hochkommen sollen. Dieser Trampelpfad war eigentlich schon gar kein schlechter Versuch, würde ich sagen. Ging es ja irgendwo? Kamera? Danke. Nein! Ich will nicht sterben. Na, klasse. Kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie so ein Kletterteil verpasst habe, dass er an der Seite hochging. Aber es sieht nicht so aus. Irgendwo hier müsste es jetzt hochgehen, theoretisch. Relativ genau über uns ist jetzt dieses Ausrufezeichen da oben. Wie kommen wir da hin? Da, wo der Fliffy rumfliegt? Aber wie soll man da hinkommen? Da ist der Fliffy. Wird auch so eine Art Pfad hoch, ne? Dort unten geht's los. Also ich versuche, das diese Folge noch zu finden. Das wird jetzt der Sinn dieser Folge werden, diesen einen Punkt zu finden. Wer etwas Action erwartet hat, hm? Blöd? Aber ich nehme es mir jetzt einfach mal raus, auch bei den Sidequests eine ruhigere Folge zu machen. Auch wenn es jetzt natürlich in allen Sidequests-Folgen nicht ganz so abgeht. Gerade auch in Alcommod, als wir Rutan gesucht haben, war es natürlich auch nicht so der Burner. Zwecks Spannung und Action. Aber das nehme ich mir einfach mal raus. Ist ja immer in meinem Let's Play, da ist es ja wohl mir überlassen, was ich da mache. Und hier geht's leider auch nicht weiter hoch. Hier gehen wir jetzt hier rüber. Aber weiter zu dem Ausrufezeichen kommen wir da trotzdem nicht. Blöderweise. Ich sehe schon, was für eine Überlänge diese Folge haben wird später. Wir können jetzt noch mal versuchen, von da hoch zu gehen und irgendwie da rüber zu gelangen. Was ja als erstes unser Ansatz war, wo wir dann ein bisschen vom Weg abgekommen sind. Also ein bisschen ist gut gesagt. Und hier geht noch eine Höhle rein. Es ist immer schlimm, bei solchen Spielen Höhlen zu finden. Es ist immer schlimm, wenn man da hinten drin irgendwas sieht, wo es draußen weitergeht. Aber ich muss mich jetzt mal zusammenreißen, sonst wäre ich mit dem Produzieren der Folge überhaupt nicht mehr fertig, wenn die zu lang wird. Aber das sieht mir gar nicht so schlecht aus, hier der Weg. Und da ist auch die Nacht schon wieder vorbei. Was soll's. Okay. Der Weg scheint mir ziemlich viel versprechend, muss ich ehrlich sein. Wenn wir jetzt irgendwo hier rechts weggehen könnten. Wobei ich das ja noch nicht ganz sehe. Mit dem einfach nach rechts weggehen. Oh nein. Tja. Einfach nach rechts weggehen ist ja nicht. Ich würde jetzt gar gar nicht mehr aufrufen und wegteleportieren, damit es ein bisschen fixer geht. Aber auch das ist nicht. Sorry. So. Das ist natürlich jetzt blöd. Der Ansatz war glaube gar nicht schlecht. Mal ehrlich, das ist hier. Ist das da? Nein, das ist die Höhle. Das geht auch nicht. Das muss doch doch irgendwie gehen. Hier ist das. Da ist das. Da ist das. Wir müssen das über das Ding probieren. Da gehen wir nochmal hier hoch. Also wer jetzt noch irgendwas erwartet, der äh also wer irgendwelche Camp oder sowas erwartet, der kann aussteigen. Auch den Quest abschließen machen wir nächste Folge erst. Aber ich würde diesen Punkt noch finden. Also wer den Punkt noch sehen will, ähm der spult jetzt entweder bis zum Ende vor oder der guckt sich halt die nächste Folge an, weil ich denke, wir werden da wieder starten. Nicht, dass ihr euch jetzt hier so langweilt und denkt, ah, der macht doch nichts. Das können wir eh, äh, wegschalten. Aber nicht, dass ich was verpasse. Nein, ihr werdet nichts verpassen, außer dem Gebiet halt. Und das sei euch überlassen, aber dass ihr es noch mit mir hier aushalten wollt. Und sonst neben der Hinweis. So. Ich muss irgendwie hier oben dann gehen können oder nicht? Das sieht mir auch nach so einem Trampelpfad aus. Aber ich weiß nicht, wie wir da drauf kommen sollen. Und da sieht es schlecht aus. Von der anderen Seite hast du recht. Das muss doch irgendwie funktionieren. Mysteriös. Ich wüsste aber auch keinen anderen Weg. Ich glaube, ich werde hier mal wieder auf das beliebte Internet zurückgreifen, wie ich zu diesem Punkt gelange. Einfach, damit ich das hier nicht ganz so in die Länge ziehe und das trotzdem noch hinbekomme. Sonst schlagen die Leute mich dafür. Ich werde mich wahrscheinlich schon dafür schlagen, dass ich das nochmal hier probiere. Nein, das funktioniert. Ehrlich? Da war ich ja vor uns echt gut. Jawohl. Das klappt. Das klappt. Jetzt muss ich runterfallen. Wenn ich jetzt runterfalle, dann habe ich verkackt. Scheiße. Oh, geschafft. Der Arcana-Gipfel wäre damit abgehakt. Klasse Sache. Und, nein, nein, das mache ich in der nächsten Folge. Das ist eine gute Idee. Ich werde jetzt in der kurzen Pause mal auf Nacht umstellen, da werdet ihr diesen Ausblick hier, diesen Rundum-Ausblick, auch mal in der Nacht genießen können. Und, ja, so viel dazu. Ich bin jetzt mal fix die Folge und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tüdelü.